In diesem Video geht es um den Ertrag des Palkonkraftwerks für den Monat Juli 2023. Alle Infos hierzu gibt es nach dem Intro. Liebe Freunde der Solarenergie, wir sind im Monat Juli. Ja, was soll ich sagen, es war ein sehr regenreicher Monat. Und hier sind die aktuellen Zahlen. Im Monat Juli 2023 wurden 131,71 Kilowattstunden Strom durch die eigene Solaranlage produziert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Reduzierung um 3,1 Kilowattstunden. Schauen wir uns jetzt einmal die einzelnen Tage an. Den geringsten Ertrag gab es am 26.07.2023 mit 1,95 Kilowattstunden. Pro Tag wurden im Durchschnitt 4,2 Kilowattstunden an Strom produziert. Der höchste Ertrag konnte am 7.07.2023 mit 6,75 Kilowattstunden erzielt werden. Aufgrund der neuen vorliegenden Zahlen für den vergangenen Monat wurde natürlich auch die Prognose etwas angepasst. Es wird aktuell in diesem Jahr mit einem Ertrag von 983 Kilowattstunden gerechnet. Im vergangenen Monat wurde die Solaranlage um einen zusätzlichen Speicher erweitert. Ich hatte hierzu zwei Systeme zur Auswahl, habe die ausgiebig getestet und mich für eins entschieden. Für welches System ich mich an dieser Stelle entschieden habe, entweder für den Powerstream von EcoFlow oder den Solaflow von Zendure, das erfahrt ihr gerne in meinem nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann. Tschüss.